Willkommen zu Yu-Gi-Oh! Master Duell, Duell der Schatten. In den verbotenen Ruinen Ägyptens wollte ich die dunklen Millenniumsteile stehen, doch dort habe ich auf jemanden mit demselben Plan, meinen Kumpel Jiren. Wir einigten uns die Sache, wie Männer zu klären mit einem Schattenduell. In den nächsten Wochen entscheidet das Glücksrad, welches Deck wir nutzen müssen. Es gibt zwölf klassische Yu-Gi-Oh! Decks, wer mit einem Deck verliert, darf es nicht mehr benutzen. Der erste, dem die Decks ausgehen, wird in die Schatten verbannt, während der Sieger die Macht der Schatten erhält. Die Schattenduelle beginnt. So, meine Damen und Herren, willkommen zu dem neuen Format, das ich extra für euch rausgebracht habe. Kurz Props an Rhyme Style. Ich habe die Idee von ihm. Das ist ein amerikanischer YouTuber, der auch Yu-Gi-Oh! Master Duell Content macht. Extrem geil. Und was wir hier tun werden, habe ich euch schon am Anfang erklärt. Was super wichtig ist, ist, dass ihr euer Support zeigt. Das wird eine sehr, sehr lange Serie sein. Und wichtig ist, dass ihr mir den Support zeigt, damit ich auch in Zukunft so etwas machen kann. Falls nicht, überhaupt kein Problem, dann ist es die letzte Serie in dem Bereich. So, dann fangen wir mal an. Was wir jetzt tun, ist direkt mit dem Glücksrad zu beginnen. So, dann passt das. Dann schauen wir mal, was ich hier so habe. Nicht wundern, ich spreche mit Jerem mit den Kopfhörern. Ihn hört ihr nicht. Ist aber nicht so wichtig. Wir werden, hauptsächlich geht es ja um das Duellieren. Dann, ich rolle, rollst du auch hier dein Glücksrad. Ich behalte das mit dem Poker Face für mich. Ah, ein interessanter Deck. Hast du, bist du soweit? Okay, perfekt. Haha, du bist sowas von am Arsch. Du tust mir sowas von leid. So, das ist unser Deck. Okay. Und Deck vom Jerem wird jetzt eingeblendet. Okay, perfekt. Dann stürzen wir uns die Person, die zuerst drei Siege hat, gewinnt. Und das andere Deck wird eliminiert. Wir fangen an. Im Goat-Format. Eine weitere Regel ist, dass weil früher man mit sechs Karten begonnen hat und das im Spiel nicht möglich ist, haben wir so abgesprochen, dass die Person, die dann zuerst anfangen will, einfach mal die Runde an den anderen gibt, damit er einfach beenden kann. In dem Fall hat zum Beispiel Jerem den Münzwurf gewonnen. Deshalb muss ich jetzt beenden. Jetzt offiziell ist die erste Runde jetzt bei ihm. Er fängt mit sechs Karten an. Aber er darf dann natürlich nicht angreifen. In dieser Runde, weil er ist ja so gesehen, die erste Runde. Super. Und? Hast du eine gute Hand? Ja oder nein? Wer ist sie da? Er spielt verdeckt. Was kann er denn sein? Was kann er sein? Extra-Karten haben wir mal auf 15 mal aufgestoppt. Einfach deshalb, damit man nicht merkt, was der Gegner hat. So, sind nicht alle nutzbar. Aber, okay, ich habe gerade, meine Hand ist komisch. Weil, sobald ich den spiele, weiß er, was für ein Deck ich habe. Deshalb werde ich das jetzt mal nicht tun. Damit er nicht weiß, was für ein Deck wir haben, Leute. Ich habe nur einen kleinen Vorteil, aber ich weiß. Habt ihr hier Exodio oder was? Ich bin extrem defensiv, Leute. Okay, das ist aber auch eine verdeckte Karte. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Deshalb hauen wir hier meine Fallenkarte raus. Das Tornado. Weg. Ah. Ich spüre ein bisschen das Female Energy bei dir. Okay, ich habe die Best... Ich habe die erste, die erste, zweitbeste Karte im Spiel gezogen. Graceful Charity. Drei Karten ziehen, zwei Karten ablegen. Okay, ich gucke mal. Das Spiel ist gerade auf Englisch. Mach ich beim nächsten Mal auf Deutsch. Okay, ich weiß, was ich machen werde. Wir legen die Karte ab. Und wir legen... Und da legen wir die Karte mal ab. Was soll ich ablegen? Was soll ich mal überlegen? Ich lege mal... Die Karte ab. Weil er gerade uns auslacht, dass wir Opfer haben. Okay, wir nehmen uns jetzt eine Ritual-Karte auf die an. Perfekt. Und nutzen die. Wir möchten... Die Karte ist special, Sun. Mein Ritual-Sum, na? Scheiße, schon in die Hosen? Ja, oder nein? Er sagt, ja, okay. Sehr gut. Jetzt, ihr kurze Überschrift. Übersetzung. Wir würfeln ein Sechs... Ein Würfel mit sechs Seiten, ist ja klar, ne? Wenn ich eins oder zwei würfle, zerstöre ich ein gegnerisches Monster, okay? Wenn ich drei, vier oder fünf zerstöre... Zerstöre ich... Warte, warte, sagt er. Wenn du ein Würfel zerstöre, dann kannst du ein mal zu... Ja. Ja, das hängt von den Würfelergebnissen ab. Wir können es auch selbst zerstören, abhängig von dem Würfel. Wir haben fünf. Wir dürfen jetzt den Gegner des Monster zerstören. So. Ein Würfel. Bei sechs haben wir verkackt. Okay, ich denke mal... So. Birdface. So, jetzt da hat er sich eine Karte aus. Eine Harpchen-Nady. Die Frauenpower wird dich hier nicht retten. Von meinen Ritual-Monstern. Ich höre von dir. Er schreit gerade nach Schmerzen. So. Das wird ein 3-0. Leute, ich werde dir sowas von swipen. Okay. Die Serie wird leider für euch kurz dauern. Weil das sind dann zwölf Decks, die ich besiegen muss. Das werden maximal zwölf Videos sein. Also nicht wundern. Es kann natürlich viel mehr gehen. Okay, da hat Harping... Spielwiese. Und jetzt darf der eine Karte ausführen. Ja, er hat unser Monster mitverstirkt. Er hat unser Monster mitverstirkt. Der wird jetzt überrascht werden. Vielleicht fließen kann ich Sklaven vorteil. Wieso hast du kein Harp für einen Drache im Deck? Was ist los? Musst du deine eigene Karte züchten, weil das pflicht ist. Was ist los? War es das? Aber der hat schon viele Verstärkungen. Denkt, wenn er eine zieht, sind wir am Arsch. Und auch ein paar gute Feine hat er. Wir schwirrt noch eine Harp hier. Das wird langsam knapp, Leute. Hätten wir jetzt die Feldzauberkarte nicht zerstört? Hätte er zum Beispiel seine eigene Karte vorher gesetzt? Oh nein. Was zur Hölle? Der zerstört uns. Was zur Hölle? Der hätte jetzt drei Harpien haben können, ne? Ne, nicht drei Harpien. Nicht richtig. Fucking Sorg, Alter. Wir sind gerade... Alter, ich hätte nicht gedacht, dass der... Wieso greift der nicht weiter an? Wieso hast du nicht weiter... Ach so. Ah, wir sind noch stärker, gut. Scheiße, Alter. Das ist echt scheiße. Okay, ich habe eine gute Karte in der Hand. Ich habe zwei, drei, 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 vier. Ich habe eine gute Karte. Und dann hat der Monster-Reward gesetzt. Wieso hast du dich aktiviert, Mann? Setz doch mal. Wieso? Hättest du Sorg nehmen können, nächste Runde. Hättest du ihn gesetzen müssen, auchst du jetzt bluffen. Ja, hast du Angst, dass wir nochmal Sorg benutzen können? Lass mich mal überlegen. Lass uns diese ekelhaften Harpien zerstören, Alter. Ich habe das Glück, dass wir jetzt keine Sorg haben. Main Fast 2. Ich gebe dir einen Spoiler, das ist kein Monster Reborn. Was sagst du dazu? Hä? Verzüil. Hmmmmmmmmmmmmmm. Book of Moon verdeckt, das musste ich machen, jetzt habe ich beide Monster verloren, jetzt kann ich seine Harpie zerstören, was hat der da verdeckt, ich habe keine Handkarten mehr und ich habe halt nur eine, wir haben beide wenig Ressourcen. Weg mit der anderen Seite, seine Verstärkung muss weg, er hat nur 4 Harpie und wir haben schon 2 ausgeschaltet, das ist super, das ist bisher ein knappes Kampf, das ist das Gute am Goat Format, da kann jeder gewinnen und ist interaktiv. Ach dir, das ist so ein Problem, das ist so ein Problem. Okay, wenigstens hat der nichts verdeckt, du hast eine Karte in der Hand, ich stelle schon eine Zauberkarte, hm, okay. Was hast du jetzt, ich rate dir nicht anzugreifen, das ist mein Tipp an dich. Und wie viel, oh nein, topft der Gier. Fuck, der hat den Kartenvorteil gesichert, scheiße. Alter. Boah, Alter, wir haben genau gleich Lebenspunkte gehabt. Alter, der denkt, der denkt, der überlegt, man, das ist so scheiße. Was? Boah, der wird uns mit zwirmen, man, Leute, der zwirmt uns mit seinen scheiß Windkreaturen. Und da hat er auch noch eine verdeckte Karte. Ah, fuck. Ich rate dir nicht anzugreifen. Beende deine Runde. Dann gib dir noch Axt. Boah. Okay, wir können jetzt eine Zauberkarte, eher die Ritual nehmen oder schwerer Sturm oder Gracefall. Boah, das ist so schwierig. Das ist extrem schwierig, Leute. Ich gehe aber mit Gracefall. Ist einfach geil. Ich will einfach ein paar Karten ziehen. Wir hatten getriggert, weil der topft der Gier gezogen hat. Ist einfach getriggert. Jetzt dürfen wir uns eine Karte holen. Wir nehmen uns. Genau, die Karte auf die Hand. Sehr gut. Jetzt muss ich irgendwie überlegen, wie ich. Und wie findest du dein Deck bisher? Skala 1 bis 10. Nein! Nein! Der hat uns krass outplayed, der Penner. Jetzt hat er doch eine volle Hand. Scheiße, Alter. Fucking evil. Das war evil, Mann. Danach haben wir keine Freundschaft mehr. Wir machen hier gerade einen Schatten nur in die Millennium-Style. Das ist mir schon klar. Aber das ging jetzt zu weit. Das ging zu weit. Das hat aber so ein scheiß Harpid-Playground, Alter. Was soll ich jetzt machen? Ich hab natürlich jetzt ein paar Handkarten, aber... Okay, ich weiß, was ich mache. Der fackt mich richtig ab. Wenn erstmal die verdeckte Karte los wäre. Der Mistikenspice-Type. Weg mit dir, ey. Boah, das war jetzt gut. Done! Fackt mich ab. Der sind so viele Handkarten gerade. Wir nehmen unsere Ritualkarten auf die Hand. Und nutzen das. Diesmal beschwören wir den maskierten Biest. So, ich muss leider auch auffahren. Der maskierte Biest! Der maskierte Biest! Wir haben 50 Angriff mehr, Leute. So. Angriff auf deine Scheiße ab hier. Wir haben die Wifita abgezerstört. Die dritte. Der Opfer... Ah, der kriegt das jetzt als nächstes auf die Hand. Ja, okay. Mit dem kann ich jetzt nicht mehr angreifen. Er hat sich geopfert. Das war ein Fehler. Ich hätte zuerst mit Manju angreifen müssen. Auf seinen dummen Krug. Und dann... Das war ein Missplay von meiner Seite. Aber wir haben die Wave-Mation können! So, man. Jede Runde 1.000. Nicht, dass er mit bloßem Harpie-Mischwörn nicht zerstören kann. Das weiß ich mir schon klar. Aber... Der hat ja schon ein paar Harpie-Mischwörn. Ich glaube, der hat nur noch einen. Wenn er Harpies Bruder nutzt, kann ich nichts garantieren, Leute. Wenn er Harpies Bruder nutzt... Hör mal auf, Alter! Hör mal auf! Bist du happy? Bist du happy? Sag mir mal. Ja, der sagte ja. Natürlich bist du happy. Mann, der hat wie viele Karten in seinem Scheiß-Deck noch üblich? 19. Und dann hat er auch jetzt gezogen, ey. Ich hab wenigstens noch das Stärkstmord. Das ist das Einzige, was mich doch irgendwie beruhigt. Mann, der hat vier Handkarten. Wacka! Wir müssen was Geiles ziehen. Jetzt kann ich doch mit seiner Scheiß-Harpie ankommen. Was kann ich machen? Wir müssen jetzt... Wir haben schon vieles verbraten. Ich hab nicht mehr viele Ritualmonster. Und der hat auch nicht mehr viele. Das ist mein letztes Ritualmonster im Blink. so wenn er mich ausschaltet, war es das wir müssen jetzt mal wirklich Schaden aufrichten für Backup habe ich ja diese Motion-Kern in dieses Deck getan weil wenn wir kein Monster mehr hatten kein Schaden mehr nein, ich habe nicht gelesen nein wir haben nur ein Ritualmonster das hat alles alles von mir eliminiert, Alter Wave-Motion all meine Ritualmonster guck mal den finnischen Friedhof ab, ey 3 4 wir dürfen uns der dauernd so dumme Fall wir müssen aber angreifen, wir müssen hoffen dass er auch nichts mehr übrig hat ein Fell Alter, wir sind am das lass mich jetzt hat er wieder diese dumme Karte jetzt wird er auch noch angreifen jetzt wird er auch noch angreifen, ne jetzt wird er auch verteidigen tun können der wird uns keine Angreifer lassen, der Penner ich weiß nicht, was seine verdeckte Karte wieder ist, aber ok wir sind aber mutig keine Karten da der Effekt bringt gerade gar nichts das ist ein kleiner Missgestalt, alter, jetzt verdeckte angreifen was ist es denn was ist es denn meine Fresse, alter was für ein Scheiß, der sagt er alles läuft nach Plan, Mann bei mir läuft gar nichts nach Plan ich weiß nicht, was du hier laberst gar keine Monster mehr übrig was ist denn die Kanone ausgestattet, das war das Provinus, wenn wir jetzt schon bei 2.000, 3.000 hätten das ist da die Scheiß-Amazone, Alter meine Fresse, das fuckt mich gerade richtig ab ich habe jetzt nicht damit gerechnet, den allerersten Kampf abzukacken in meinem eigenen Kanal Ich lasse mich hier nicht verarschen. Boah, verbanne doch noch mehr! Mist. Weisst du was? Hier. Bade. Hier eine Dusche, Dusche. Ja. Was ist los? Bisschen traurig? Ein bisschen, sagt er. Okay. Er hat keine Harpie mehr, er hat kein Ritual mehr. Irgendwann habe ich das Gefühl, er hat, wenn jetzt Harpies Bruder zieht, habe ich verkackt. Abwarten. Der Bruder soll sich nicht für die Schwestern rächen, Leute. Wir haben gerade ein richtig geiles Duell, gerade beide Ressourcen ausgeschöpft. Und jetzt kommt dieses Moment ein Goat-Format, wo jeder versucht, nur was geiles zu ziehen. Okay. Ich habe ein Monster gezogen, man. Sonic Bird! Und dank deiner Verstärkungskarte sogar das stärkste übliche Monster in meinem Deck. Wir holen uns die Ritualkarte. Ich habe Zauber, aber kein Monster mehr. Sollen wir angreifen, Alter? Was könnte seine Verdeckte sein? Ich greife mal an. Der Vorteil ist, ich kenne die Decks etwas besser als er. Okay? Ich weiß ungefähr, aber der kann theoretisch auch die Decks anschauen. Alle. Ich habe versucht bei... Es gibt Charaktere, die im Anime Decks benutzen, wie Yugi, Kaiba, Joey, Mai. Die habe ich versucht etwas treu zu machen. Kaiba hat jetzt keine Spiegelkraft. Okay? Aber solche Karten können in diesen neutralen Decks, wie Krieger-Decks oder Vampir-Decks auftauchen. Weil das hier keinen Charakter spielt. Boah! Ruf... Nein! Ruf den... Oh fuck! Oh fuck! Du musst mich dazu gezwungen. Du wirst keine Abbezug bekommen. Du hast echt ein krank, knappes Duell, Mann. Ich habe gefühlt keine Monster mehr. Nein! Nein! Der Bruder! Worst Case! Oh, ich glaube, ich habe gar keine Karte, der drüber kommt. Ich habe nur diese Ritual-Search-Monster. Diesen... Das war mein stärkste. Der Scheiß-Bruder, Alter. Nimmte uns auseinander. Das wollte der unbedingt im Deck haben. Skyscout heißt der hier. Der hieß Friahapis Bruder für alle Leute. Die haben dann später abgeändert. Ich habe jetzt die beste Karte im Spiel gezogen. Aber irgendwie habe ich noch das Gefühl, das wird mir nicht springen. Wir können sogar Karten-Karrow gehen. Fuck, das ist so schlecht gerade. Das kann ich dir noch nicht mal beschreiben, Mann. Das ist gerade so schlecht. Das ist gerade extrem schlecht. Wieso tut der die Karte in Angriffs-Modus? Ach so, der will uns overwhelmen. Nein! Nein! Wieso hast du jetzt ein Sharpies Bruder gestärkt? Sag mir das mal. Sag mir mal. Verdammte Scheiße. Ich muss das jetzt aktivieren, bevor der so ein scheiß Mystical Space Typhoon oder so ein scheiß zieht. Magic Cylinder 2000 zurück! Was sagst du dazu, Mann? War das nicht klar? Ja, jetzt bist du gegen... Und jetzt 5 Karten, Leute! Boah! Wer wird es schaffen, den Down zu kriegen? Boah! Das ist gerade richtig knapp und spannend, Mann. Die Musik hat es sogar im Duell. Wir haben beide dunklen Weißdrachen. Vielleicht soll ich auf dunklen Magier-Switch. Aber ich mag den Weißen Drachen als Kreatur der Beste. Oh nein, Grace for sure, Team. Okay, das einzige Vorteil, das wir hier gerade haben, sind wirklich die Lebenspunkte. Sonst... Wir haben fast unsere ganzen Reserven ausgeschöpft. Ich muss mir irgend noch einen letzten Geniestreich einfallen lassen. Einen letzten Geniestreich! Und wie es aussieht, ist Lady Luck auf meiner Seite. Monster Reborn! Was soll ich da nullen? Okay, zwischen Sorg und... Ah, guck! Das hat Vor- und Nachteile. Bei Sorg, der 3200, könnte ich ihn 1200... Diese scheiß Feld-Zauber-Karte. Ich habe gerade keinen Weg, da drüber zu kommen. Da würde mit 150 überlegen. Hätten wir ja auch die Magic-Cylinder für die Hexe aufgehoben. Hätte er immer auf 50 gehabt. Das heißt, hätte ich diesen Anfang, diesen Fehler nicht gemacht, ne? Mit diesen Jar zuerst anzugreifen. Nein, diesen Flip-Monster. Hätte ich jetzt gewinnen können. Seht ihr? Dieses kleine Fehler, könnte mich jetzt das Duell kosten. Ich kann in dieser Runde nicht gewinnen. Ich glaube... Boah, das wird jetzt richtig behindert sein. Okay, wenn ich Sorg raushaue, können wir wirken. Wenn ich einer seiner Monster töten kann, dann sollte ich in der Lage sein... Ja. Wir müssen Sorg... Dark Master Sorghauser! Bist du bereit, dein Schicksal den Würfeln zu überlassen? Ja oder nein? Würfel, okay. Sechs Seiten sind das All-Monster-Opunts-Kontor. Wenn wir eins oder zwei Würfen, zerstören wir alle Monster der Gegner. Wenn wir drei, vier oder fünf rollen, eins. Das reicht noch. Und beim Sechs zerstören wir uns selbst. Würfel, Sorg! Nein! Die einzige Zahl, die wir in den Städten zücken! Sorg! Sorg! Der lacht mich hier gerade am Arsch! Nein! Alter, ich komm drauf nicht klar! Wieso wurde ich so verarscht? Sag mal! Boah, ich hatte das in der Tasche, Mann! Hätte ich diesen Anfang Fehler nicht gemacht, hätte ich nicht mal Sorg gerufen! Das kann doch nicht sein! Was für eine peinliche Nummer, Mann! Was für eine peinliche Nummer, Mann! Was für eine verdammte Nummer! Ah! Alter, ich hab mein letzter Geniestreich, ich hab mich verraten! Ich hätte gewonnen! Ich hätte mit einem Match die Hexe zerstört, hätte ich mit Sorg angegriffen und mit dem letzten hätte ich... Na, willst du angreifen? Du erkennst mal, denk nicht! Vielleicht hab ich einen zweiten Magic Zylinder! Was ist? Okay, du greifst nicht an! Okay, du greifst nicht an! Okay, ich weiß nicht welche zwei Karten ich noch im Deck hab! Komm, ein letzter Magiestreich, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Das ist so behindert! Boah, ich fühl mich... Alter, was kann ich da tun, ey? Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße, Mann! Die letzte Runde, ey! Ich greife nicht verdeckte Karten an, ey! Ah, das ist sehr scheiße! Oh, die letzte Runde, Mann! So, wieso hast ihr mich so verraten? Leute, Alter! Sagt mir, was ihr davon hält! Sagt mir, was ihr davon hält, dass mich Sorg so krass verraten hat, Leute! Boah, ey! Sorg, du Pedderheld! Ja, bring dich in scheiß Verteidigung! Schade, dass wir hier keinen Deck 3-Geg gehabt! Sonst hätte ich jetzt besiegt! Okay, die letzte Karte ist im... Ja, ist mir schon klar, ich Karten kauge! Hör mal auf, Alter! Hör mal auf! Wieso? Wieso muss die letzte Karte sein? Das ist nicht der traurigste Moment in meinem Leben! Aber wer das die vorletzte Karte Hätte ich sogar gewinnen können Wer das die vorletzte Karte Das ist so traurig Okay, lass uns mal Wir können nichts machen Alter, gar nichts Meine Fresse, Alter Das packt mich gerade ab Wie knapp dieses Duell einfach war Was für Faktoren einfach so einen Einfluss hat Nimm den doch nicht mal Search den nicht mal Vielleicht zerstörst du ja wieder diese Karte Mit fünf Karten zieht Ja, dein scheiß Birdface Greif mal meine Verdeckte an Guck mal was das Nein, du wirst nicht sterben Du hast schon gewonnen Das mach ich jetzt Schau mal Das wird lustig Nein, guck Ich aktiviere meine letzte Karte Das war gut Das wird lustig Guck mal, meine letzte Karte war Medding Magie des Glaubens Ich hätte Monster Reborn nochmal holen können Und nochmal würfen können Weißt du? Okay, der erste Punkt geht an dich Ich ändere mal kurz auf Deutsch ab Ja, du fängst jetzt an Ist aber jetzt egal Man fängst du an Ich besiege die sowieso Also mach dir da keine Sorgen Ich werde hier mal Nur so kann ich meine Ehre wiederherstellen So Leute, wir haben echt auch die Fresse bekommen Das war so knapp Aber das wird dir nicht dein zweites Mal gelingen Hatte keine Karten Du hast echt keine Karten Oh, meine Fresse It sucks Okay, am Ende mal jetzt one-shot Kann man so zacken Die Karte, die wir auf die Hand nehmen Ich bin so ein Idiot Ich hab Wieso habe ich die Karte genommen? Ich wollte einen Zauber auf die Hand nehmen Ich voll trot Ich hätte da nur so toll zacken Das wäre echt dumm Egal Richtig dumm Ich kann das nur korrigieren Nämlich dieses Duell gewinnen Aber der hat nicht mal Monster-Karten Von daher Selbst wenn er jetzt einen gezogen hat Wird das nur ein einziges Monster sein Jagd-Sünder der Harpin Das packt mich gar richtig scharf Die beiden Karten sind blöp Da brauchst du mich schon nicht zu beeindrucken Sonst hättest du dir vorher schon gesetzt Sagt dir vielleicht hab ich jetzt gesagt Dann hättest du ein Monster gesetzt Dann hättest du ein Monster gesetzt Boah, ich bin wirklich aufgefuckt Schaut euch die Hand mal an, Leute Schaut euch die Scheißhand mal Ich bin auf dem Oh, ich bin wirklich aufgelenkt Ablenken soll also nicht die Karte, die du gesetzt hast. Du hättest dein Momentum gut nutzen sollen. Bald kommt meiner zurück. Geist du? Geist du? Geist du? Geist du? Geist du? Du hast echt nur ein einziges Monster die ganze Zeit. Geist du? 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 Das war's für heute. Jetzt reicht's mir. Zum zweiten Mal. Sorg. Das dritte Mal, dass er versucht, dir was zu reißen. Komm her. So, jetzt ist schon... Warum will man den, Alter? Packt ihr mich hier ab? Alter. Sein Scheißdecker hat zwei heftige Fallen. Ein... Oh, der hat doch noch das. Der hat doch noch das. Der overheld mich sowas von. Harping kontrollieren halt das Feld. Das ist das Problem. Stärkere Monster mit den Fallenkarten. Und meine Backrosen tötet der. Kann mit Verstärkung, Zauberkarten überleuten. Oh mein Gott, jetzt kommt er. Oh, nach... Nein! 2-0. Good game. Good game. Du hättest mit 3-Geekge-Break spielst. Und sie hättest meinen Sorg zerstört. Und hättest dann wiederbelebt wahrscheinlich. Oh nein, du hast... 2-0. Okay, jetzt mach ich genau das, was du hast. Das Duell wird länger gehen. Das wird jetzt 3-2 werden. Was sagst du jetzt? Ich glaub, dieses verdammte Ritual ist einfach nur scheiße. Ich hab's gebaut, ich geb's zu. Aber wir müssen gucken, Alter. Ich fack mich. Das ist eigentlich gut. Ich muss ja versuchen, den zu gewinnen, Mann. Sechs Karten. Jetzt reicht's mir. Jetzt wirst du nix machen können. Du hast mich einfach nur abgefuckt. Das ist die Perfekte. Wenn ich hiermit nicht gewinnen kann, weiß ich auch nicht mehr. Aber jetzt soll ich es rauschen. Das sind alles coole Karten. Diesmal machen wir nicht denselben Fehler und holen die Ritualkarte auf. So, wir beenden unsere Runde. So. Das ist alles oder was? Das ist alles oder was? Das hast du gewollt. Ich weiß nicht, ob ich. Ich weiß nicht, ob ich. Sorg, jedes Mal, wenn ich dich beschwöre, passiert irgendein Bullshit. Jetzt geh und mach mal deine verdammte Mission, ey. Sorg, dummster Meister. Jetzt zerstöre den Gegner. Damit er keine HP raussuchen kann. Endlich. Alle gegnerischen Monster zerstört. Alles. Was hast du jetzt verdient? Na, wie sieht es mal aus, endlich mal zu verlieren? Ah, ihr habt einen Fehler gemacht. Aber egal. Ich dachte nämlich, diese beiden Karten können man kombinieren, aber passt ja nicht. Du bist auf einmal so still geworden. Das wäre jetzt nicht logischer gewesen, zuerst deine Tink zu beschwören. Ach so. Du Schlaumeier. Du scheiß Schlaumeier, du. Meine Fresse, Alter. Interessant, dass ihr die HP ruft. Ich bin dir so sicher, dass du über meine Sorg kommst, oder? Aber... Hättest du den anderen gerufen, hättest du dir jetzt... Ich habe noch 600 Angriff mehr gehabt. Ich würde doch... 2.750, wieso hast du dich die andere HP gerufen? Naja, dein Mistake. Die hat doch 2.150, oder nicht? Plus 600... Wieso Fels-Zauberkeit? Ach so, nur 200, okay. Sorg, würfelne 1 oder 2. Nein, nicht 6. 3. Fuck, das ist nicht so... Okay, wir töten die, weil... Natürlich, dass ihr Scheiß-Effekt ausgelöst wird. Ähm... Ja, das ist jetzt nicht so krass. Was kann ich da machen? Lass mich mal überlegen. Ich muss hier Momentum auf meine Seite rufen. Ich muss es so schnell wie möglich beenden. Weg mit der Harp hier. Ich werde mein Deck nicht verlieren. Hör auf, hör auf. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Zahl vorhin kam. Ah, willst nicht angreifen? Gut, gut. Mission accomplished. So, wovor irgendein Scheiß passiert. Manche könnten argumentieren, dass ich mich so schlau für mich, weil ich eh Kartenvorteil hätte. Aber... Ich will das verdammte Duell beenden. 4, nur eine Karte. Das ist ganz rechts, das ist deine Harp hier. Ich weiß schon mal, ob ich das meine Harp hier sehr gut getan habe. Ich weiß schon mal, ob ich das meine Harp hier sehr gut getan habe. Ritual-Karte. Ich habe keine Lust noch mal in die Scheibe sorgt. Ich weiß nicht, ob es ein Wölf noch mal aktivieren könnte. Aber es ist mir viel zu riskant gerade. Angriff, beende das Duell. Und Krug. Yes. Und was sagst du dann zu deiner ersten Niederlage? Bist du schon nervös? Sag dir mal, ich konnte nichts machen. Wieso? Du wirst du jetzt jederzeit aufgeben können. Du wolltest anfangen, dann lass uns so sagen, wir sind von vorhin ausgeglichen, okay? Du hast ja auch einmal bei mir gemacht, okay? Dann sind wir jetzt clean, total clean. Aber das nächste Mal, wenn die Person die verliert, dann werde ich aufpassen. Ich muss auch mal damit klarkommen. Okay. Und so. Jiren hasst es. Also sein Worst-Case-Szenario ist es, dass die Duelle sich immer auf 3 zu 2 zielen. Und leider muss ich mich nicht enttäuschen, dass es 3 zu 2 werden wird. Und zwar 3 zu 2 für mich. Wie fühlt es sich an, wenn ein Worst-Case-Szenario eintritt zu Jiren? Und sagt mir, gut, okay. Hatte aber auch 4 Predekte-Karten. Ich hatte etwas mehr Harpin erwartet, offen gesagt. Hm. Boah, das ist so fies gerade bei dir. Den kann man hier verdeckt haben. Der ist näher zu deinem Deck. Das heißt, du fühlst dich mit dem am sichersten. Hat der einfach Grace nur Charity getan? Wieso bist du so verrückt? Sag mal. Was? Wie du dachtest, da liegt? Ach so. Du dachtest, bei mir ist es denn schon. Voll haubleh. Du wirst es trotzdem nutzen. Das war echt lustig. Ich kann es nicht kaputt machen. Ich kann es nicht entsch팅chen. Ich kann es nicht mit dem dachten. Ich kann es nicht kaputt machen. Welche geilsten Karten mit dir gehintet? Einmal Monster Reborn, einmal Graysman Charity. Nein, das habe ich echt befürchtet. Das sieht gerade extrem beschissen aus für mich. Ich hatte gedacht, du fällst das nicht ein, sonst hätte ich mich selbst ins Verteilung geswitcht, scheiße. Du willst nicht vorher deine Harpien-Karte aktivieren, Felsauberkarte. Dann hast du dich doch gedacht. Okay. Hätten wir uns ins Verteilung geswitchert, die hat die Harp nicht draußen, aber ist egal. Das hat keinen großen Einfluss haben, außer er hat elegante Egoisse. Gibt mir gerade kaum was. Ich habe keine andere Wahl. Mann, Star Reborn, müssen wir halt machen. Ich kann ja nicht erlauben, mir noch einen Kampf zu verlieren. Was war das gerade aktivierbar, ey? Das ist Raijiki-Break, oder was? Nur Raijiki-Break. Gib es zu, ich kann es an deinem Gesichtsausdruck erkennen, den ich überhehe. Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich kann es erkennen. Ich hoffe mal nicht mehr viele Monster gut zu wissen, ey. Das ist richtig scheiße, Mann. Boah. Du hast da Raijiki-Break, Mann. Wie willst du dir verarschen? Jetzt wirst du es nutzen müssen. Du vertraust auf die 6. Du vertraust auf die 6, denn ganze Monster werden da so sterben. Komm, wirf mal eine 1, ich will mal seine ganzen Monster zerstören. 2, yes. Das ist sein Untergang, Angriff. Jetzt nicht auf die 6 vertrauen sollen. Ich hab gedacht, was, wenn ihr die Karte habt. Ich hätte vielleicht mit dem Ster, aber dann hätte er beim 2. Angriff dann beschweren. So kann ich zumindest noch die Karte zerstören. Nein, nicht angreifen. Jawohl, er hat noch eine Karte. Das heißt, wir haben gute Chancen. Nein! Nein! Du Bitch, Alter. Diese scheiß HPI. Verdammt! Hat der mich hier voll getroffen mit dem... Ich dachte, die ganze 3G kippen. Willst du zahlen? Okay, dann zahl nicht. Hat der nicht mal eine Haar ab hier. Hat der nicht mal eine Haar ab hier. Hat der nicht mal eine Haar ab hier. Boah, Alter, fuck der mich hier ab. Boah, Alter, fuck der mich hier ab. Aus der 3G kippe ich. Nein. Das ist wieder dieses scheiß Mirror. Vielleicht habt ihr deshalb nicht... Verlängert, ey. Greif der an! Greif der an! Die Hand wird aufgestockt! Yes! Was machst du jetzt? Ein großer Fehler. Zwei große Fehler sogar. Weg! Dusch einmal! Da ist eine Tribune. Sehr gut. Jetzt hat er noch zwei Karten, wo ich mich kümmere. Ich muss ihn irgendwie aussmarken. Ich muss ihn irgendwie aussmarken. die Karte, die er da gelegt hat. Mal schauen, was es ist. Fans Zauber, das hat der mein Ja prognostiziert, falls nicht, das ist einfach so. Boah, das war eine sehr, sehr wichtige Karte. Sehr, sehr wichtig. Die andere ist aktivierbar. Das heißt, das ist entweder Rai-G Keybreak oder etwas Ähnliches. Jetzt müssen wir mal zum Anrufüber gehen. Sorg, dein Freund kommt. Was sagst du dazu? Dein Freund Sorg kommt. Ja, vielleicht kriegst du da 1000 Monster. Was bringt mir dieser 500 Schaden mehr? Ich bin ja zukunftsorientiert. Ach, du willst also diese bisschen Lebenspunkte sparen. Ich weiß nicht, wie cool ich hab. Wie hättest du jetzt diesen anderen gerufen? Wir müssen größer machen. Ich hab' gehofft, dass du das nicht tust. Scheiße, ich hatte gehofft, dass du das nicht tust. Nooo! Not so fast, Rai-G Keybreak. Hm. Wie töricht ein stärkeres Monster anzugreifen. Du darfst dir aber eine HP-Karte nehmen. Du hast schon normal Beschwerden durchgeführt. Yes! Yes! Zeug, Zeug! Ich würde dich extrem disrespekten, hier. Du kannst einer meiner Decks nehmen. Bam! So! Beendet das Spiel! 2-2! Yes! Dann fang mal an, Tiger! Boah, dieses Duell entscheidet, welches, denke ich, Schatten aufgeopfert wird. Willst du jetzt ehrlich sagen, dass du keine einzelne mal gute Falle hast? Die Steak so schlecht gegen Opfer, weil du kannst einfach alle Karten, die ich absorbiere, zerstören mit deinem scheiß HP. Okay. Was hat er da? Es ist so schwierig, zwei Karten abzuwerfen, ne? Welche scheiß Karte ich abwerfe. Wie hat's nochmal dein Ritual-Deck genannt? Opfer, hörst du. Hat jedem Deck einen Spitznamen gegeben. Was hat's Harpie genannt? Harpie, Loser, Drachen-Deck. So. Okay, sorg. Darfst mich hier nicht verraten, okay? Dann haben wir das Duell in der Tasche. 1, 2, 3, 4 oder 5. Boah, war das knapp. So. Es wird ein kurzes Duell werden, deshalb bedanke ich bei deinem Freund. So. 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 Sonst geht der erste Punkt Null an mich. Was kann ich hier machen? Ich muss erstmal ein Börfler geben. Sonst hier keine 6 kommt. Komm! Nein! Nein, nicht schon wieder, Sorg. Du hast mich wieder genau im entscheidenden Moment verraten. Du hättest alle ausräumen können. Oder zumindest einen. Das hätte mir auch ausgereicht. Sorg, sorg, sorg. Man sollte niemals mit Dämonen irgendwie eine Zusammenarbeit angehen. Deshalb... Was sagst du? Ich frage eine Reaktion. Meine Fresse, ey. Und Jiren, fühlst du dich schon besser? Ja... Der andere hätte ich mich auch nicht herangefühlen. Boah, guck den mal an, was für ein krankes Comeback der macht man. Meine Fresse, Alter. Das wird wieder spannend. Wieso hast du dich mit 1500 angriffen? Aber okay. Ich habe noch... Ich habe noch Kaimons über 1400. Ich habe noch Kaimons über 1400. Ich muss überlegen, was kann ich hier tun. Was habe ich denn noch überhaupt? Eins, zwei, Sorge habe ich zweimal da. Ich weiß nicht, ob ich den Idioten vertrauen kann, ey. Boah, ich muss echt überlegen, was ich hier tue. Boah, das ist so schwer grad. Meine Hand ist nicht so gut, wie ich die gerne hätte. Überhaupt nicht. Boah, wir müssen uns jetzt langsam entscheiden, Leute. Ich glaube, ich muss die Karte abwerfen. Ja, oder? Sorg, ich geh trotzdem mit Sorg, man, egal was passiert, was sagst du dazu? So, zweimal hat uns dieser Sorg verraten, dreimal oder viermal, wie häufig hat der Effekt geklappt, weißt du das noch? Zweimal kam es an, wieviel Mal war der keine 6? Nein, hat der noch Tochter hier, übertreibt! Okay, er geht in die Battlephase, Waboku, du wirst mir keinen Schaden zufügen, kein Monster zerstören können. Du wirst den Effekt von Lady aktivieren können, um meinen Monster zu banischen. Der von Lady, wenn du angreifst, nach der Kampfphase, kannst du beide verbannen. Okay, was für nur Ritualmaterialien. Oh, es ist scheiße gerade, was ich hier gezogen habe. Da ist es vielleicht sogar ganz gut. Schwerer Storch! Das wird dir nichts bringen. Nö, weg mit dir. Wirst du nicht eine Free Card für den Krombo-Sang-Guard? Scheiß Birdface! Feiß Birdface! Wie tust du jetzt mal in verdeckte Verteidigungsposition? Oh, nein! Ha, Peace, Bruder! Jedes Mal, wenn der Penner kommt, verlieren wir! Guck mal dein Board an! Mach noch mehr BM! Mach noch mehr BM! Bad Männer! Verdammt! Das ist ja gar nicht mal Curry, Bruder! Meine Fresse, Alter! Das ist ja gar bewähnt! Wir werden auch besiegt, Mann! Scheiße! Gratulation! Erster Sieg! Guck dir an! Wir retten, aber meine Rache wird furchtbar sein! Du wirst die Rache dafür, dass du mein Ritual denkst, gnadenlos ausgescheuert hast, erhalten!